Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, wir hatten in den letzten Tagen oder Wochen ein bisschen Stress gehabt. Deswegen hatten wir keine Zeit, ein YouTube-Video abzudrehen. Aber jetzt sind wir da und haben einen richtig geilen Move. Ja, und zwar haben wir nämlich jetzt unsere Gartenmöbel hier stehen, weil wir einen neuen Esstisch bestellt haben, was dauert noch bis Mitte Juli, bis der da ist. Also nicht wundern, dass es so ein bisschen spartanisch ist. Also, ich habe mir ein paar TikTok-Videos rausgesucht, die richtig, richtig lustig sind. Und die werde ich gleich Sven zeigen. Jedes Mal, wenn er lacht, muss er hier einmal rein. Wir haben hier eine Schüssel voll Mehl und dann tunke ich sein Gesicht da einmal schön rein. Und genauso umgekehrt macht er es bei mir. Schön schnüffeln. Genau. Du darfst nicht lachen. Guck die Zunge, die Zunge, die Zunge hin. Ja, du hast gelacht. Du musst. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich glaube nicht. Komm, mach. Was hat die Daumen? Komm, die Kröten. Ich weiß nicht. Die Brille muss erst mal ab und die Haare bischen zu. Ja, das ist geil. So, schau's. Ich schmecke das ganze Ding gleich über dich, ne? Kein Problem. Warte ganz kurz. Ich muss mich erst mal sammeln. Du bist dran. Du bist dran. Warst du nicht gerade duschen? Ja. Tschüss, schnüffel. Ich bin dran, ne? Du hast gelacht. Ey. Ey, Schatz, ich zeig dir das jetzt nochmal, ne? Ey, das ist unfair. Guck mal, ihr schafft das ganze Teil und dann... Rutscht sie. Rutscht sie. Okay. Aber wisst ihr, dass die Lache füllt? Steht das jetzt als Lachen, was ich gemacht habe? Ja, natürlich. Ja, wie? Ja, natürlich. Rein in die Masse. Das muss schön. Übertreib halt einfach. Ja, dein Kopf passt da nicht rein. Mach mal so. Klar, sofort. Du siehst, geh mal schnell zu, Bibi. Gib ihr mal einen Säcker, liebe Bibi. Nein. Die sieht man nicht, die sieht man nicht. Kommt alles aus dem Haus. Die Welt, die Welt, die Fliegepudert aus. Nein, 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 okay. Guck mal, bei mir hier, guck mal, die Augen und da sind die Augenbrauen, oder was? Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Da, ich hatte nur einen Aufwärts. Ja, okay. Käpt'n Black Sparrow-Style. Jawohl, der ist gut. Mutti, schönes Getränk, ne? Oh! Ja, okay. Zählt mir das Lachen bei ihr, ne? Das ist eher so geschockt. Komm, für die, für die Meute, für die Meute. Rein in die Masse. Was sagst du, Bibi? Sie hat das Video nicht gesehen. Hab ich schon gelacht? Ich war geschockt. Irgendwie hast du ja auch gegrinst, ne? Das zählt zum Lachen. Du schickst und verschiebst die Kamera. Ich schaffe dich. Ich hätte lieber 40 Euro bezahlt. Wir hatten die Abmache, ja? So mit 50 Euro. Nee, das ist doch nicht spannend genug. Lass uns doch mal richtig hier versauen. Okay. Jetzt hau mal einen raus. Er liegt im Krankenwagen. Ich hab ihn überfahren. Es war sein letztes Wort. Ich hasse dich, du Missgeburt. Ich kenne den Song. Ich kann es nicht ertragen. Es war mein alles letztes Wort. Ich liebe dich, dann ging sie vor. Ich kenne den Song noch. Ja, da hast du die Spielsachen gesehen. Ja, der war geil. Der war richtig gut. Der sieht toll aus. Und rein da. In die Masse. Wir müssen mal wieder einen Hügel bauen. Also unangenehm ist was, wenn das in der Nase ist, ne? Dieser Pferd. Okay, du bist. Ich bin dran. Ich hab ihn nicht angepinkelt. Ja. Eigentlich hast du nicht gelacht. Nee, die lacht über weiß ich nicht, was für Sachen. Ich hab aber noch ein Ass im Ernst. Geht's. Kann ich ihn nicht aufgeben? Hast du den? Oh, scheiße. Der letzte war geil. Ja. Und wie der umgekippt ist, ne? Schön schnüffeln. Warte, warte, warte. Ich mach hier erst mal so ein bisschen. Nee, ey, Anut. Ja, weil sonst passt der Kopf da ja nicht rein. Ey, tu mal nochmal. Jetzt geht's. Tiere, ne? Hast du gesagt? Nee. 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 Ich sag die Tierkarte. Nächstes Mal nehm ich echt die Tierkarte. Seh ich doch. Ja, wo ist er denn? Anut, du musst versteckt sein. Aber mein Kopf passt da voll rein, ne? Ja. Du hast den noch perfekten Hügel gebaut. Mach so. Das geht. Guck mal. Da sind die Backen auch frei. Bei dir ist alles auf dem Stirn. Ja. Und hier. So, Schatz. Dann hau mal einen raus jetzt. Okay, los. Okay. Sein Ernst? Der war so gut. Der war so gut. Geil, oder? Es gibt Leute, die gebeten nicht. Mach mal so, Schatz. Guck mal so in die Kamera und jetzt mach mal so. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir wollen jetzt wieder regelmäßiger posten. Sagt euren Onkel. Abonnieren. Daumen nach oben. Oma, Opa, Bescheid. Komitieren. Oma, Opa, Hund. Bescheid. Alle Folgen. Was wollt ihr nächstes Mal sehen? Vielen Dank und schaltet ein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.